Sie haben die Aufgabe, die Männer zu verhaften und sie dem Gericht zu übergeben. Ja. Was hat dich so lange aufgehalten? Leichte Mädchen. Die stehen in der Stadt an jeder Ecke. Mit Freiwillen sogar. Du willst mich einmotten, du alte Kuh? Und du holst jetzt dein Zeug und verschwindest von Shairo. Du warst schon immer eine besonders schöne Frau. Und du sagst es immer noch so schön wie damals. Oh, schönen Dank. Nicht zu danken. Ah! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020